Alles klar, so, dann bin ich wieder, diesmal in, sagen wir es mal, so einem neuen Format. Ja, Spintire. Ähm, hm. Hm, oder, zu haben wir da, wir kommen Bock drauf. Starten wir mal, ähm, neue Spielstarten, ja, natürlich. So, ähm, ja. Ah ja, hä? Äh, äh, ich hab mir den Namen jetzt da geändert, den Hand-Command. Ich hab jetzt, wie gesagt, ich hab's damals schon gesagt, so, versuch, nicht so oft wie möglich, die Videos rauszubringen, nur, abends jetzt hin, 25. Sitz. Jetzt, äh, ja, nur mal kurz, dass wir nicht gucken, yeah. Äh, ja, halb eins, scheiße. Halb eins, fünf nach halb eins morgens. Hm, 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 ja, ich dachte mir, komm, wollte ich nicht pennen, kannst du uns ein Video auf. Einmal hab ich ja gesagt, also ab 12 verändere ich alles. Die Video hat ein bisschen länger gedauert, wie, aber dafür ist jetzt auch immer ein da. Hm, ja, ich hab schon so einen Bug aus Spintest wieder gehabt. Schöne Controller, hier ist zwei Controller. Ja, morgens. Also, die Mod-Links, oh, was heißt das, links, also, ich weiß nicht, was jetzt war. S, hier und die Seite, ich hab jetzt mal, vier, weiß nicht, ob vier oder fünf, ähm, Mod-Seiten genannt, wo ich mir auch mal hier und da, wo man Mod-Rumper lade. Oh, hola, L, S, Nowenki, hab ich auch was zugeschrieben, die Seite ist auf Polnisch. Und so solltet ihr schon sehen, dass ihr entweder Polnisch könnt, oder halt, halt, äh, ja, dass ihr Polnisch könnt, oder ihr Google Chrome nutzt, damit ihr da auch was versteht. Na ja, als Spintest habt ihr nur als Abdeck gekriegt. Ich weiß nicht, wie ihr das schon gesehen habt. So rein da. So. So. Ja, wer die Karte erkennt, wird jetzt den Unterschied kennen. Vorher war der Holzhaufen direkt hier neben. Das war so exzent. So. Alter, du hießt dann leicht fest und dann hießt, oder nur das, wie ein Stahlzell. Da kommt den Berg aber eigentlich mal so hoch. Hopp. Hopp. Da kommt den Berg. Na ja. Eins plus bringt's auch nicht mehr. Echt, mir würde ich auch auch mal Bock tun. Wir wollen es fahren, das ist doch bestimmt. Und dann wieder einmal das Kennen. Oh komm, tak, tak, nehmt noch. Ich kann das auch gar nicht haben. Hm, die Strip bekommen sie da nicht mehr, alles klar. So. So. Wie gesagt, er hat seinen Controller eingestellt. Ich muss mich jetzt selber durchdachten. Ich habe ihn mit Gas und sowas eingestellt. Und dann hat er das schon automatisch alleine gemacht. Ja, dann muss man das natürlich auch jetzt mit oben bremsen. So. 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 Sonst schreibt euch die Finger wo und man denkt irgendwie ist richtig geschrieben oder so. Einfach leer und das reicht. Da kann ich mit leben. Wo die ist? Auch ne Bier. Ja mit Kontrollos ist alles ein bisschen anders. So. Ahja man fahr ja auch überall durch den Weg zu Schlamm ey. So. 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 Das fand ich ganz geil. Drücken und schalten. Und so, wenn ich den ganzen Tag schalte. Und dann, dann kannst du es überladen. Nicht poolen. Ganz uncool. Und dann die Sneaker Beekermacht. Das kann. Auch da. Hm. Cool. War hier oben ein Slumlock glaube ich. Oder so, weil ich weiß. Ja. Im Moment bin ich mir voll so der Typ für Solo machen. Weiß auch nicht warum. So. Apfelgeladen. Wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter rum tobe, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und dann sag ich mal. Bis zum nächsten Mal.